Geh gar nicht, geh gar nicht Okay, top Herausforderung, EP, fast Level 15 Ich mag meinen Zeiten eigentlich, so wie der ist Das ist jetzt einer meiner Lieblingsmaps, definitiv Die mag ich richtig eigentlich Piloten Lordouts haben wir irgendwas Neues Ja Streufeuer Geh mir das Ding Ich weiß, was du vorerst, Meg Ich wusste es in dem Moment, als du aufgetaucht bist Aber an der Sentinel kommst du nicht vorbei Ihr tritt dir in den Arsch, egal was du versuchst Warte, Meg Sagt dieser Clown, wir sollen einen Superträger der IMC zerstören? Wäre nicht mein erster Tja, weil du nicht weißt, wie man fliegt Einen Träger abstürzen zu lassen ist was anderes, als ein Träger im Flug abzuschießen Darum holen wir ihn uns, wenn er gerade irgendwo parkt Deshalb hast du die Hornets auf ihn angesetzt Du wusstest, er fliegt ins Trockendorf Ah, Meg, das Mikro ist noch an Okay Für alle, die es noch nicht wissen Wir werden den Superträger IMC zerstören Das war's Macht euch bereit, Titan-Piloten Jawohl, Titan-Piloten Angriff auf die Sensi Diese riesige Waffe Wir müssen allein nur in den Himmel gleich gucken Das würde so abgehen Schiffe werden kaputt geschossen Dieses riesige Ding feuert auf Vielleicht diese Basis, keine Ahnung Auf jeden Fall sieht's mächtig genial aus Jetzt aus der Sicht von den Militia 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 Los! Los! Wir sehen den Töder! Es funktioniert! Das Geschützwerk hoch! Wirgungsschüsse! Weg von der Explosion! Let's do this! Da hat er das Ding gefeuert Holy Shit, ey So geil Die Map ist relativ offen in der Mitte eigentlich Und hier sind sehr viele verschanzte Dinger Obwohl! Keine Ausführung abgeschlossen Erstmal 13 Punkte Wunsch Titan Und nicht mal mein Kill, ey Ich muss mir mal abgewöhnen, den komplett low zu schießen Soll das doch andere machen Und ich komme einfach abstorben Genau, kick den um Eigentlich wollte ich den gar nicht killen, aber gut, dass er kam Wie kann das denn sein? Da war doch Ah ne, da kam nur einer von der Seite Einfach mal knick und knack gemacht Nächste Herausforderung abgeschlossen So ging es mit der Mitte eigentlich auch Die ganze Zeit Ja, sicher Rein mit der guten Waffe Also, was wir machen müssen bei der Map ist eigentlich ums Fenster schießen Wenn wir mitte rumlaufen ist fadfucking da Oh, die ist stark, die Waffe, die MP ist super Oh, die Waffe ist so stark Wird so kacke, wenn ich die verliere Oh, geht ihr? Uh Ich bin viel zu passiv Aber hier sind so viele Titanen, was soll ich machen? Ja Klasse Ich sag ja, die warten einfach in ein komisches Fenster rein und snipern da raus oder was auch immer Da gibt keiner Außer die Zahlen in der Mitte Super Doomt 32 Punkte nur Oh mein Gott Und ich hab mich auch noch ausgeschaltet Okay Ähm Doppelt EP Nehmen wir Altmaterial Die liegt wirklich weit vorne Ich frag mich, wohin das liegt Wir lassen uns killen bis zum Umfallen What the fuck? Ey, was machen die denn da für Spiele? Schubst den um Puh Noch ne Herausforderung Machen wirklich sehr merkwürdige Spiele Einer von uns Einfach mal was hinspammen Da ist einer Ich weiß, dass da einer ist Da oben sind noch welche Super Super Er könnte meinen Trip auch nix machen, weil der schneller rückwärts drehen kann, als ich nach vorne treten kann Ist ja super Aber echt Die Regenmacher Oh shit Oh shit Wow Wow Wie der mir mehr Schaden zufügt, als ich ihm Trotzdem gekillt Trotzdem gekillt Hey, Piloten Ohne die Außenposten werden wir verlieren Nice Nur Assist Mach die ganze Arbeit nur den Assist Tuao Die kontrollieren das Wow, die kontrollieren das einfach Bitte hab keinen Elektrorauch Bitte hab keinen Elektrorauch Weg hier Nie aufgeben, wir haben bis zum Schluss kämpfen Ich hab 53 Punkte geholt Das ist eigentlich gar nicht so übel Das ist durchschnittlich Team, was los? Oh, einer Geht der mit euch? Toll Lauf ein Stück nach vorne Bitte lass mich einmal hinkommen Ha Evakuierung, Burncard Perfekt Ich weiß, wie du dich fühlst Die Welt macht aus uns allen Lübner Wir dürfen eigentlich relativ geschützt sein Ich glaub nicht, dass man hier noch verrecken kann Und tüs Running Man 53 Gar nicht so übel Echt nicht so übel Die müssen mich eigentlich besser verteidigen Glaube ich Weil Eigentlich ballern wir uns gegenseitig ab Bis wir komplett los sind Und einer hat halt das Glück Dass einer überlebt Yep Das ist eigentlich alles Pilotensnot4 Pilotenkit Titan Warped In die Schlacht Finde ich nicht so toll Hab ich schon den Bild da nicht benutzt Der soll lieber rein droppen Hab aber immer noch die Chance Auf den Titanfall Sicherlich der ist schneller drin Aber Ich find's nicht so toll Leute Hier ist McAllen Weil die IMS Sentinel Jetzt kaltgestellt ist Haben wir die einmalige Möglichkeit An einen Ort zu springen Der offiziell gar nicht existiert Aber Barker kann uns trotzdem hinbringen Leg los Barker Tja Also erstmal will ich sagen Das ist eine ganz ganz blöde Idee Ach nicht schon wieder Du willst zu der verlassenen Basis Auf der ich gearbeitet habe Ich werde da nicht selbst runter gehen Aber ich kram die Sprungkoordinaten aus meinem Hirn Und flieg euch hin Titan Piloten Wenn ihr am Boden seid Werdet ihr einen riesigen Turm sehen Der hat Also hat Früher mal wilde Tiere fern gehalten Ich würde ja sagen Nicht füttern Aber das wird schwierig Die Biester sind nämlich verdammt groß Merk ich bin in der Wahl Falls du mich brauchst Piloten Die Tontechnologie ist auf der Basis Die Dimitra schützt Noch im Einsatz Analysieren wir sie Und setzen wir sie gegen die IMC ein Magallan out Magallan out Wieder Drachenland Wieder Hardpoint Mag die Map nicht so War nicht ganz cool eigentlich Aber Hm Nach wie vor muss ich sagen Ich finde Angel City ist eine sehr geile Map Und die andere aus der Beta Die andere müssen wir vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen Drachen 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 Die greifen uns nie an die Drachen Die nehmen wir nur auf die KI Viecher Und dann werden die einfach mal mitgenommen von der Einfach nur Schwupps Wechseln sie Bergungsschiffe bereit für den letzten Sprung in 5 4 3 2 1 los Hä Hey Max Der Turm hier war 20 Jahre außer Betrieb Bist du wirklich sicher In der Basis auf Dimitra gibt es diese Türme noch Wir müssen sie irgendwie abschalten Wir machen wie die Drecksarbeit. Komm in der Hölle. Richtig, die holen euch. Sag ich ja. Gehen zu A, gehen zu A, gehen zu A. Das geht ja gut los. Finde ich auch. Kann mir bitte einer helfen? Ich bin ja alleine. Ja, das dachte ich mir nämlich. Weil jetzt ist da keine Sau. Weil nur eine Frage der Zeit. Ich muss ja nicht, das Punkt ist bleiben. Scheiß auf den Splitter gerade an. Hey, du näherst dich, Charlie. Achter auf, Heinde. No shit. Einfach mal verstecken. Warum hat der einen Titan? Warum hat der so eine komische Waffe? Ich komm mir nicht weg, ich komm mir nicht weg. Oh mein Gott. What the hell, ey. Wahrscheinlich hat er denn eine Karte gehabt oder so. Doppelte AP. Hat vergessen, meine Burn-Cards reinzustecken. Wenn ich draufgehe, ist es natürlich weg. Nein, für das Halten bekommen wir. Punkte. Geil. Geil, wir führen nicht wirklich. Aber jetzt. Achtung, wir sind 30 Sekunden bereit. 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 Achtung, wir sind 30 Sekunden bereit.